Denn ich habe ja in den Videos schon mal gesagt, vom Grundriegelwerk, die haben sich ja wirklich an den Büchern orientiert und haben da alles, was sie an Infos finden konnten, überall reingebracht. Und ja, deswegen gibt es hier eben sauviele Basalenhäuser und irgendwelche Personen. So. Dann kommen wir zu Kapitel 4, Drachenstein. Ja, Drachenstein ist eben so eine größere Festung auch. Erstmal die Geschichte der Targaryens. Sehr geiles Bild hier auch wieder. Und dann schön die Targaryen-Dynastie aufgezählt. Ah, hier ist auch der Name von dem verrückten, von dem irren König, Aerys II. Sehr, sehr schön. Ich freue mich echt, um das alles zu lesen. Und dann eben Drachenstein als Beschreibung. Und dann kommt hier auch so eine kleine Regionalkarte zum Beispiel. So sieht die dann aus. Jo. 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 Und dann gibt es eben noch weitere Inseln und Orte, weil das liegt halt an der Küste. Dann werden hier so ein paar aufgezählt, nur so mit ein, zwei Sätzen. Und ja, dann das Haus Targaryen mit dem signifikanten Wappen, dem dreiköpfigen Drachen. Der, glaube ich, für die drei Geschwister damals stand. Ne, ist ja auch egal. Ja, jedenfalls gibt es dann auch natürlich entsprechend die Person, ne, Viserys Targaryen, den, das ist ja, der, der ist ja noch übrig, sozusagen. Den gibt es ja noch mit Werten und so weiter. Auch wieder, ne, Geschichte, Persönlichkeit und so weiter. Dann haben wir hier die nicht ganz unwichtige Daenerys Targaryen, genannt Sturmtochter, die ja auch noch von dieser untergangenen Dynasty lebt. Und dann gibt es eben noch ein paar, ja, so ein ganz bisschen gibt es dann da halt noch, da wird was zu gesagt. Und dann eben noch weitere nennenswerte Targaryens, die auch aus der Historie einfach sind. Und ein paar ist untertrieben, weil ihr seht schon, das sind sehr viele. Ja, und hier geht es sogar noch ein bisschen weiter. So, dann kommt hier das Haus Baratheon von Drachenstein. Die haben dann nämlich auch noch mit zu mischen. Ähm, mit Stannis hier, ähm, aber diese beiden Altshäuser sind da eben sehr wichtig. Also zumindest die Targaryens wichtig gewesen. Hier auch noch groß was zu Familie. Und, ja, ist das nicht hier die rote Dame? Das müsste doch eigentlich, die ist doch immer, genau, Lady Melisandre von Assay. Assay ist irgendwie so ein Land in Essos, ne, im anderen Ostkontinent. Und die Dame, die ist auch nicht ganz unwichtig und hat auch ein bisschen mit Magie zu tun. Das ist alles sehr, sehr cool. Ähm, ja, Vasallenhäuser von Drachenstein. Ja, die zähle ich jetzt nicht alle einzeln auf, das dauert 100 Jahre. Äh, okay, diesmal nicht. Das sind vier. Okay, okay. Aber sonst eben, im Buch dauert das echt eigentlich sonst voll lange. Dann kommt der Norden. Ähm, ja, die Geschichte des Nordens erstmal, die Geografie des Nordens. Dann gibt es hier allgemeine Orte zum Beispiel auch, ne. Brandons Schenkung, einsame Berge, Kügelland. Und, ähm, das sieht man dann auch auf der Karte hier wieder. Und, ähm, ja, östliches Flachfeld und so weiter. Also es gibt die wichtigen Dinge. Und hier ein wichtiger weiterer Punkt sind die Inseln und Straßen und Wege und Gewässer. Das ist jetzt quasi die erste normale Region, weil Königsmund war halt quasi eine Stadt mit Umland. Und Drachenstein ist eigentlich vor allem eine große Festung mit Umland. Und, ja, der Norden, das ist natürlich hier was Wichtiges. Was, ähm, richtig ein ganz großer Landstrich ist. Burgen sind noch sehr wichtig. Und, es gibt, äh, ja, hier Winterfell ist halt, äh, eine sehr, sehr wichtige, äh, Festung, eine Burg von den Storks. Storks. Und deswegen gibt es da Untergliederungen noch, ne, der Hauptturm, die Gruft, der Bücherturm und so weiter. Und diese Orte spielen auch teilweise echt eine wichtige Rolle in den Büchern. Ganz am Anfang sogar schon. Ja, weitere Orte halt noch von, ähm, ähm, äh, ja, ähm, na, Winterfell. Okay, ja, und dann Städte, Dörfer und Befestigung. Und dann noch die Mauer ist noch sauwichtig. Also die richtig riesige Eismauer, die irgendwann vor sehr langer Zeit errichtet wurde gegen irgendeine Bedrohung im Norden. Und man denkt heute vor allem, diese Bedrohung sind die Wildlinge, aber es sind eigentlich die anderen. Aber das kennt ihr sicherlich auch alles. Ja, dann die Burgen von der Mauer. Das wird alles nochmal genauer aufgefächert in dem Buch der Nachtwache. Dass es noch gibt. So, Burgen der Nachtwache. Ich glaube, es sind 19. Ich verwechsel immer die Zahl, ähm, weil es gibt's bei Spittermond ja auch, ähm, irgendwie, den Wächterbund. Und der hat so eine böse alte Region umzingelt mit Festungen. Und da gibt's auch eine gewisse Anzahl. Oder vielleicht ist es sogar dieselbe Anzahl. 19 oder so? Hm. Kann sein, dass es 19 sind. Ja, äh, das Haus Stark natürlich hier ganz wichtig. Der Winternaht, ne, die Worte, die man am allerbesten kennt eigentlich aus, äh, den Büchern und der Serie. Und dann natürlich die ganzen Leute wieder mit derselben Aufgliederung, wie wir sie kennen. Bei Eddard Stark ist das natürlich alles ein bisschen mehr, weil er eben ein sehr wichtiger Charakter auch ist, ähm, in der, äh, in der Erzählung. Seine Frau natürlich noch und so weiter und so fort. Die haben auch alle Bilder, diese wichtigen Leute. Hm, ja. Dann sind hier so die allerwichtigsten von denen. John Schnee oder Snow. Ähm, die haben hier sogar noch einen Mündel, Theon Graufreud oder Greyjoy, ähm, im Englischen. Und dann gibt's eben noch hier die nennenswerten Diener und von denen kriegt man auch einiges in den Büchern mit. Also, und in der Serie. In Büchern natürlich noch mehr, aber, ja, das ist schon, äh, und die haben auch Werte, ne, also das ist schon ganz geil. Und dann noch weitere Mitglieder des Haushalts gibt's hier auch noch. Es gibt hier sogar jemanden, der, also, hier werden Wachen aufgezählt und Diener und es gibt eine Wache, die heißt Bierbauch. Aber, ja, das haben sie eben alles aus den Büchern rausgesogen, ne, diese ganzen Infos. Das ist eben, also, eine geile Arbeit. Respekt. Und, was seien Häuser des Nordens? Das können wir ja hier einmal, ähm, am Beispiel nochmal zeigen. Es gibt hier wirklich, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, 10, 11, ich hab mich, glaub ich, grad verzählt. Ähm, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn wichtige Persönlichkeiten da sind, dann gibt's hier auch mal noch die Persönlichkeit, ohne große Wertekästen oder so. Und wenn, ich glaub, in den Büchern Wappen beschrieben sind, gibt's auch hier noch die Wappen dazu. Voll geil, auch mal mit Fröschen einfach. Ähm, die sind cool. Das Haus Marsch. Ähm, ja, 21, 22. Ähm, okay, der ist wichtiger, deswegen hat er hier noch einen Kasten. 23, 24, 25. Äh, ja, 26, äh, quatsch, quatsch, quatsch. Äh, 26, 27, 31, 32, 33. Ja? Und man kann mit jedem einzelnen Haus eigentlich was machen, wenn man will. Ja, das ist richtig krass. Und bei den ganz kleinen Häusern, da kommt man ja auch gar nicht groß mit Sachen in Konflikt, weil da ja nicht viel beschrieben wurde in den Büchern, ne? So, Häuser der Bergclans, da gibt's auch noch mal vier. Ne, sechs, meine ich. Und, ja, da gibt's halt im Norden auch noch so gewisse Bergclans, ja. Hier haben wir auch noch mal eine Impression der Mauer. Ne, ne, die Größenverhältnisse, man sieht das schon. Die ist unglaublich riesig, da kann auch keine Riese rüber. Und dahinter fängt gleich der fette Wald an. So, hier wird nämlich die Nachtwache beschrieben, die gehört nämlich quasi in den Norden. Erstmal die Geschichte wieder, die Struktur, nennenswerte Mitglieder natürlich. Ja, Nachtwache, ne? Wie gesagt, die bewachen da auf dieser komischen, heftigen Mauer, das, ähm, ja, quasi die zivilisierten Lande, die südlich eben liegen. Und da oben im Norden ist dann diese Mauer, ähm, nur noch mittlerweile ganz viele Festungen sind verwaist. Und, äh, das sind alles Verbrecher, Kriminelle da, die, ähm, ja, das ist halt eine Strafe, da hinzukommen, ne? Ja, aber trotzdem ist das eine verschworene Gemeinschaft, man muss ganz viel Eide, also man muss ein Eid schwören und so und keine Frauen, nicht heiraten und alles, ja. Ja, und alle möglichen wichtigen Leute sind hier beschrieben. Und dann kommt noch der ferne Norden, das ist natürlich, ähm, jetzt hinter der Mauer schon. Da gibt's auch wieder hier, ne, wichtigere Orte und eventuell, ja, wichtige Leute, ja, doch, die Leute kommen noch. Ja, Hardtime, oh, 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 Hardhome auf Englisch, das ist eine richtig viele Folge gewesen in der fünften Staffel, glaube ich. Die Wildlinge, die hinter der Mauer leben. Natürlich, es gibt auch einen König jenseits der Mauer, ziemlich cool. Ja, nennenswerte Wildlinge, Crestas Bergfried, das, also, es ist nicht so, dass einfach dann, man nicht durch die Mauer kommt, ne? Die haben da ein Tor und da kommen auch mal Patrouillen von der Nachtwache, die da eben rumgucken und die kommen dann auch mal zu Crestas Bergfried, aber der ist noch gar nicht so weit im Norden, ja. Und es gibt noch Feinde der Nachtwache natürlich hier. Kapitel 6, die Eiseninseln, also diese Wikinger-mäßigen, heftigen, abgehärteten Typen, die immer mit Seefahrt zu tun haben. Ja, wieder Geschichte, Geografie. Hier haben wir sogar mal etwas genaueres, weil die Eiseninseln werden zwar hier auch einmal nett gezeigt, aber hier ist eben das mit diesen, ja, ganzen einzelnen, ähm, ja, bei der Burg von Pike einfach, weil das eben die Hauptinsel ist mit den wichtigen, ja, Verzweigungen, ja. Ja, und die gehen halt den alten Weg, also im Prinzip plündern und machen, was man will und fiese, ja, halt wikingermäßig plündern, kurz gesagt. Ähm, der ertrunkene Gott ist, ähm, da ihre, ist deren Religion, deswegen die sind halt recht besonders. Ja, und das Haus Graufreud ist eben da das vorherrschende Haus. So, entsprechend wieder die wichtigen Leute. Ja, und Ascha wurde, glaube ich, da wurde der Name in der Serie geändert, meine ich. Hm, keine Ahnung, wie die da dann hieß, weil man hätte, man kann in der Serie, äh, Osher und Ascha verwechseln. Osher ist halt so eine Wildlingsfrau und Ascha, naja, in den Büchern ist es halt normal. Hm, ja, nennenswerte Diener halt noch, ne, ein paar Wappen und alle möglichen Vasallenhäuser hier, auch die haben hier einige. Und dann kommen die Flusslande, auch wieder mit einem saugeilen Bild. Wieder mit Geschichte und Kartenausschnitt und so weiter. Die Flusslande, die sind, die sind, das ist alles ganz nett. Das ist auch eine sehr wichtige Region. Die Eiseninseln, das ist eher so ein bisschen nebensächlich als Region, aber wird dann auch mal noch ein bisschen wichtiger. Aber sowas wie Königsmund ist natürlich das allerwichtigste Zentrale, ne? Und das Haus Tully, ähm, das ist hier eben sehr wichtig und das ist auch in der Erzählung, ähm, der Bücher und Serie sehr wichtig. Ja, mit ihren Vasallenhäusern. Hier ist es schon ein bisschen besser mit dem Lesen, weil hier, äh, man kann zwar runterdrücken, aber man kann hier eigentlich alles lesen gerade noch. Ja, hier das Haus Frey doch sicherlich, oder? Ja, oh, ja, die sind auch, ähm, die mag man eigentlich nicht so gerne. Die Freys, denn, naja, gut, man will ja nichts folgen. Zumindest nicht zu viel. Ja, die Mondberge und das grüne Tal von Arryn. Da habe ich mich lange gefragt, wann die endlich mal rauskommen da aus ihrem Tal und was machen, aber es passiert auf jeden Fall irgendwann noch. So viel kann ich sagen. Jo, auch hier wieder, ähm, die Geografie aufgeteilt in die wichtigsten, ähm, Regionen. Und ich glaube sogar, die Karte ist genauer als, ähm, Moment. Das kann man, glaube ich, recht schnell. Na, das sind die vier Finger, die sind doch irgendwie hier im Osten, meine ich. Das Tal von Arryn, das ist hier oben. Da sieht man jetzt nur Langbogenhall. Und hier noch ein bisschen mehr. Das ist genauer. Die Karten sind dann ein bisschen genauer. Das ist cool. Okay. Ja, äh, die Hohen R oder The Eerie auf Englisch, die R irgendwie, ähm, in den Mondbergen. Das ist eine absolut krasse Imba-Fessung. Also die kann man eigentlich gar nicht erobern. Ja, House Arryn. Die sind irgendwie so ein bisschen, die bleiben so irgendwie im Hintergrund immer, ne? Also irgendwie sind die auch eigentlich gar nicht unwichtig. Also einzelne Personen mal. Äh, ja, also mit denen passiert schon noch einiges, aber erst mal, wenn man da anfängt zu gucken und lesen, da ist erst mal gar nicht so viel los, ne? Das ist alles so, ja, im Hintergrund. Ja, Mord, der Kerkermeister, das ist voll cool. Vor allem auf Englisch, ne? Also er heißt ja Mord, ne? Also, auf Deutsch eben Mord, das ist auch wieder cool. Ja, aber der ermordet eigentlich nicht so viele. Oder, ja. Naja. Egal. Ähm, Vasallenhäuser des Grünen Tals. Die haben, glaube ich, auch wieder so einige. Oh yes. Und John Royce, der ist halt recht wichtig, deswegen ist der noch ein bisschen genauer erklärt. Und es gibt, also halt ein bisschen Besonderheit, der Ablauf ist jetzt eigentlich immer derselbe, aber die Clans halt, es gibt hier noch so Bergclans, die sind halt auch nicht so gut, auf die zu sprechen. Man kann vielleicht im ganz, ganz Groben sagen, wenn ihr so die Beziehung von den Rohirrim zu den Dunländern vielleicht kennt aus Mittelerde. So ein bisschen ist es auch hier. Gut, ich weiß gar nicht, ob die verdrängt wurden, die Bergclans von den, äh, hier, weiß nicht, Andalen oder wer da angelandet war früher, wo sich das Haus Arryn dann gegründet hat, aber auf jeden Fall, ähm, das sind Feinde. Und die haben halt ein paar Clans, die Brandmänner, die Felsenkrähen, die Mordbrüder, die Schwarzohren. Ja, und die gibt's, genau, die gibt's auch in den Büchern und so, ja. Ja, ist ja an den Büchern orientiert. Gut, die Westlande, das ist eine geile, ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist für eine Festung, äh, die Westlande, ähm, da sitzen die Lannisters, die fiesen Intriganten. Ähm, und bei denen, bei denen, die sind eigentlich mega wichtig als Aalshaus in der ganzen Erzählung, aber bei denen selber zu Hause gibt's eigentlich gar nicht so wirklich Szenen. Da wird manchmal was drüber erzählt, auch über die Historie, aber da gibt's gar nicht so richtig Szenen. Hm, naja, erst mal die Geschichte und Geografie, wie immer, kennt man. Ja. Ja, das Haus Lannister, ne? Hört mich brüllen. Hear me roar. Jo, der gute Tywin Lannister, ne, eine sehr wichtige Person und Tyrion Lannister, eine noch wichtigere Person und wahrscheinlich auch mit die beliebteste. Ja, die weitere Familie halt hier, ne? Äh, hier die, wie heißt es, Cersei Lannister gehört ja auch dazu, aber die wurde ja schon bei Königsmund beschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob die hier nochmal erwähnt wird. Ähm, Clegane, hier sind dann schon die Vasallenhäuser, das wäre jetzt nochmal interessant. Ähm, ne, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo überhaupt was gesagt wird nochmal, dass sie halt schon woanders beschrieben wurde. Aber ich meine, ich hab irgendwann mal gesehen, dass, wenn Leute woanders beschrieben werden, weil sie eben eigentlich aus dem Ahlenzhaus gehören, aber eigentlich in einer anderen Region sind, weil die zum Beispiel die Königin ist, ähm, dann wird das irgendwie angesprochen, dass sie da beschrieben wird. Meine ich zumindest. Jo, die haben natürlich auch wieder sehr viele Vasallenhäuser, ihr seht das hier, sind bestimmt wieder über 30. Und dann kommt die Weite, The Reach, oder wie es auf jeden Fall heißt. Ja, ähm, das ist schon, da wird's langsam mediterraner, so wie ich das, ähm, in Erinnerung habe. Die Gärtner, die Gärtnerkönige, denen geht's da unten ganz gut. Also bei denen, das Haus Gärtner gab es sogar. Geschichte, Geografie, Rosengarten, ne, ähm, ist halt hier, ähm, ein sehr wichtiger Ort. Und da ist auch Altsass übrigens, diese Stadt, wo die ganzen, oder, ja, die Zitadelle, wo die Mäster, also Altsass ist eine Stadt, da gibt's die Zitadelle und da werden die Mäster ausgebildet, die an den ganzen Adelshöfen und so offen sind. Deswegen hier, Erzmäster der Zitadelle. Ähm, ja, äh, was ist das? Das Umhängen der Kette. Ja, es gibt immer, also die Mäster haben immer so eine Kette, deswegen, da erkennt man die immer, die ist auch mal schwer, dann sind die so gebeugt. Das Haus Tyrell, finde ich eigentlich ganz cool, dieses Haus, die sind irgendwie, das sind irgendwie super Leute. Und diese alte Oma, ne, Lady Olena Tyrell, ja, die hat's echt in sich, also die macht schon coole Sachen. Ähm, äh, ja, und die haben auch echt schöne Leute in ihrer, das ist auch mal so, ne, da ist auch mal hier, ist ja Loras Tyrell, ist auch zum Beispiel schwul, ne, oder so. Also, ich glaube, in den Büchern kriegt man das fast gar nicht mit, da muss man schon ein ganz bisschen interpretieren an zwei, drei Stellen in Büchern, in diesen sauvielen Büchern. Und in der Serie wird das dann direkt aufgezeigt. Ähm, ja, aber das ist alles, es gibt halt so alles, ne, und dann hat er so eine Rosenrüstung und wird von den ganzen Frauen immer geliebt und so, ist aber eigentlich schwul und so. Das ist, also es gibt alles mögliche, das ist cool. Jo, okay.